Herzlich Willkommen, ein bisschen mit Verspätung zum heutigen Vortrag von Professor Gerald Urban. Viele von Ihnen waren sicherlich beim ersten Mal Anfang des Monats auch dabei, aber diejenigen, die nicht dabei waren, will ich kurz Herrn Urban vorstellen, damit Sie das auch so ein bisschen einordnen können, was er Ihnen dann sagen wird. Gerald Urban ist ja einer der dienstältesten Professoren hier an der Technischen Fakultät und hat maßgeblich am Aufbau der Fakultät und natürlich auch am Ausbau mitgewirkt. Wir kennen uns schon sehr lang, er hat mich hier nach Freiburg geholt tatsächlich, aber ein paar Jahre später, als er hier begonnen hatte. Gerald Urban ist jemand, der nicht nur fachlich sein enges Gebiet sieht, das Fachgebiet der Sensoren, sondern betrachtet eben auch Dinge drüber hinaus, angrenzende Wissenschaften und er hat auch ein Fäbel dafür und das rechne ich hoch an, dass er eben auch sich über grundlegende Dinge, die uns beschäftigen, Gedanken macht. Hat er schon mal auch zu anderen Themen, Vorträge gehalten, die nichts mit seinem eigentlichen Fachgebiet, das er hier an der Fakultät vertritt, vorgestellt hat und jetzt hat er sich in diesen beiden Vorträgen eben der Aufklärung und der Gegenaufklärung widmet. Und ja, als Generalwissenschaftler könnte man sagen, der eben sehr breit aufgestellt ist, dass sie wieder da sind, zeigt ja auch, dass die Gedanken, die er beim letzten Mal präsentiert hat, durchaus auf offene Ohren getroffen hat und so freue ich mich, dass er uns heute eben die Weiterentwicklung der Aufklärung im Bereich der Gegenaufklärung in seinem zweiten Vortrag vorstellt. Und der Vortrag hat dann den, ja, zwei Titel, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und damit würde ich jetzt an Herrn Urban abgeben, beziehungsweise vorher noch, dieser Vortrag wird nicht nur von unserer Fakultät angeboten, sondern es sind zwei weitere Gesellschaften beteiligt. Eine wird sich gleich hier vorstellen. Und das andere ist die Museums- und Lesegesellschaft hier in Freiburg. Und wenn ich dann richtig informiert bin, ist Gerald Urban ihr Präsident. Und daher gibt es eben drei Veranstalter für diese Veranstaltung. Bevor ich jetzt wirklich abgebe, noch ein Hinweis. Bei der Pause oder nach der Veranstaltung sind Sie herzlich eingeladen, noch eine Weile zu bleiben, zu diskutieren. Beim Glas Wein, bei einer Brezel, beim Glas Wasser, wenn Sie noch fahren müssen, das können Sie gerne machen, so handhaben, wie Sie das gerne machen wollen. Und jetzt würde ich halt abgeben, erst mal an Sie und dann an dich, Gerald. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der offener Gesellschaft, ich darf Sie begrüßen hier in der Regionalgruppe der Jordan-Brunnen-Stiftung in Ihrem Fall durch. Und ich habe eigentlich, also dem, meines Vorgehens, deswegen hinzuzufügen, nur eine kleine auditorische Petitesse vielleicht. Das sollte stumm sein. Und wer mag, über noch mehr Veranstaltungen von uns informiert zu werden, darf sich gerne hier eintragen in eine Liste. So, jetzt mache ich es aber zu spannend. Gerald, bitte, dein Wort, dein Vortrag. Vielen Dank, Gerald. Danke für die... Ja, danke für die Einführungen. Ich hoffe, kann man mich auch hinten hören. Das war letztens grenzwertig, aber das geht gut. Okay, dann wollen wir dann starten. Ja, wie gesagt, wir haben ja hier Fakultät und zwei Gesellschaften, die sich da Aufklärung verschrieben haben. Für alle, die beim letzten Mal dabei waren, da habe ich eben gezeigt, woher kommt denn das, was Sie Aufklärung nennen. Da habe ich eigentlich schon im 13. Jahrhundert begonnen. Und ich glaube, es wurde auch klar, das ist zwar nicht mein Gebiet der Sensorik, aber die Wissenschaft hat eine riesige Rolle gespielt, dass so etwas wie die Aufklärung überhaupt passieren konnte. Und insofern sehe ich mich als Physiker durchaus auch berufen, etwas von der naturwissenschaftlichen Seite zu zeigen. Ich glaube, in der Aufklärung ist das klar geworden, aber auch in der heutigen, im heutigen Vortrag gegen Aufklärung, glaube ich, ist es wichtig, dass man diese großen Linien sieht, die vor 250 Jahren begonnen haben, bis heute nachwirken. Das heißt, die Geschichte schläft nicht, ist immer aktiv. Und als kurzes Resümee, ich denke, jeder war damit einverstanden, dass unser ganzes heutiges Wertesystem beruht auf den Dingen, die sehr viele gescheite Leute vor über 300 Jahren entwickelt haben. Das ganze politische wie auch soziologisches System basiert darauf. Und was war das Motto? Das war also nicht, dass man die Vernunft in den Vordergrund gestellt hat, sondern man wollte die Mündigkeit des einzelnen Menschen priorisieren. Das heißt, eigenverantwortlicher Verstand, Vernunft und Dugend. Das ist ein Programm. Und was noch interessant ist, das Wertesystem einer offenen Gesellschaft hat verschiedene Werte. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Solidarität und so weiter. Es gibt sehr viele Blöcke, die wie in der Politik, das haben wir im letzten Mal ausgearbeitet, die Check and Balance, da beruht ja eigentlich unsere Demokratie, ist auch bei diesem Wertesystem wichtig. Wir müssen jeden einzelnen Wert immer wieder bestimmen. Was ist denn Freiheit überhaupt? Das kann man auch unterschiedlich definieren. Gleichheit, sind alle Menschen gleich, aber wir sagen Gleichheit vor dem Gesetz. Und man muss diese Knoten, man kann das ja als Wertenetz sehen, wenn man es systemtheoretisch sieht. Das ist ein Netz mit Netzknoten und jeder Netzknoten muss immer bestimmt werden, aber die Beziehungen zwischen diesen Knoten müssen immer balanciert werden. Das heißt, es gibt ja gegenläufige. Zum Beispiel die individuelle Freiheit wird immer mit der Freiheit aller, dem Gemeinwohl kollidieren. Das heißt, das muss man immer abwägen. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das wird man auch sehen, dem ganzen heutigen Vortrag, dass das eine der Grundüberlegungen ist. Das ist die Grundpriorität, die wir heute immer haben. Und eines war auch noch klar, dass die Aufklärung ist nicht etwas, was abgeschlossen ist. So 1800 hört es auf. Das ist ein immer aktiv fortgeführter Prozess. Und was wir noch gesehen haben, es sind ungeheuer viele Dinge zum Besseren gegangen. Das war im letzten Vortrag ganz klar. Da kann man überall hinsehen. Es ist sehr vieles besser geworden weltweit. Aber, das hat man auch gesehen, es ist manches erst sehr, sehr spät gekommen. Das war auch schon die Diskussion letztes Mal. Ja, wieso sind gewisse Dinge erst 200 Jahre nach dem Zeitraum der Aufklärung überhaupt realisiert worden? Das ist der Punkt des heutigen Vortrags. Und wo war das Problem? Das Problem war eigentlich die französische Revolution. In ganz Europa hat es aufgeklärte Monarchen gegeben, die eigentlich die Aufklärung unterstützt haben, nur in Frankreich nicht. Da gab es die drei Stände, der Adel, der Klerus und der hat die Macht nicht abgegeben. Man hat es versucht, das sogenannte dritte Stand, also alle, die nicht Adelig, nicht Gerus waren, haben immer versucht zu partizipieren. Das war etwas aus der Aufklärung der erfreute Mündigkeit. Aber das wurde nicht durchgesetzt. Der König und die ersten zwei Stände haben das immer unterdrückt. So ähnlich wie, ich habe einen Kessel mit Wasser, den heize ich an, ich halte einen Deckel drauf, irgendwann explodiere dann. Das ist Physik. Das heißt, man hat hier eine gewaltsame Explosion gehabt und dann hat man die aufgehörigen Werte versucht durchzusetzen. Aber, ich glaube, jeder kennt diesen Herrn. Da sieht man schon, wo das Problem war. Der Robespierre war von den Idealen der Aufklärung beseelt und er wollte eigentlich die Weltherrschaft der Dugend. Das kann ja jeder unterschreiben. Alle sollen Dugendhaft sein, alle sollen Netze sein. Aber, was kam denn dabei heraus? Es kam der Dugendterror heraus. Das war, jeder weiß das, eine fürchterliche Sache. Man hat sich gegenseitig umgebracht. Dann, Napoleon, also Bonaparte. Der beginnt als Aufklärer, war, ich glaube, der Code Napoleon, das Gesetzeswerk. Das ist jetzt noch Grundlage von vielen Gesetzeswerken. Er hat die Aufklärung sozusagen nach Europa gebracht, allerdings mit Militär. Und er hat als Kaiser geendet. Das heißt, hier sieht man schon, da kippte schon das, was mit der Aufklärung gearbeitet hat, um. Und das sollte man sich jetzt genau anschauen, warum. Also, wir haben einmal den Moralterror und ich habe das als Ideologie überschrieben. Denn, wie eskaliert etwas, was eigentlich gut ist? Und da gibt es mehrere Eskalierungsstufen. Man kann natürlich ganz sagen, okay, wenn unser Wertesystem auf destruktiven Werten aufbaut, also man soll den anderen umbringen oder obskure Werte, irgendwelche Engel haben irgendwelche Gesetze gegeben, dann ist das etwas, was schon vom Anfang an vielleicht nicht ganz positiv ist. Aber viel schlimmer ist es, was ist, wenn ich eigentlich positive Werte, etwas, wo ich eigentlich, wo ich dafür stehe, habe, aber die eng führe. Also, wenn ich etwas nur auf einen einzigen Wert, auf ein Prinzip reduziere, dann beginnt schon die Eskalierungsstufe Nummer zwei. Wenn ich noch sage, okay, das ist etwas Absolutes. Dieser Wert, den setze ich absolut. Und nichts anderes lasse ich zu. Man kann auch sagen, Sakralisierung. Man kann ja sagen, ob das eine Weltanschauung oder Religion ist, es ist überall dasselbe. Es eskaliert weiter. Und wenn ich dann diesen Wert um jeden Preis durchsetzen möchte, dann radikalisiere ich mich. Und das ist in der französischen Revolution aufgetreten. Der Robespierre hat gesagt, das ist der absolute Wert, den muss ich um jeden Preis erreichen. Und das ist eigentlich ein Kennzeichen deiner geschlossenen Gesellschaft. Das heißt, Engführung, Ideologisierung und Totalismus. Ich setze alles auf eine Karte und setze es mit Gewalt durch. Eine offene Gesellschaft hat viele Werte. Aber wenn ich das Ganze auf einen zurück reduziere, dann wird es gefährlich. Und es gibt vielleicht noch mehrere ambivalente Gestalten. Das ist ja auch letztes Mal kurz angeklungen. Es gab ja hunderte von gescheiten Leuten, die verschiedene Vorstellungen hatten und die waren auch in sich durchaus als Person ambivalent. Aber bei Rousseau, glaube ich, das ist auch jedem bekannt, der war eigentlich ein Vater der Gegenbewegung zur Industrialisierung. Der hat gesagt, die Zivilisation hat nur Schlechtes gebracht. Man wird selbstsüchtig, eitel, man versucht, den anderen zu unterdrücken. Tja, und man hat politische und soziale Ungleichheit. Das heißt, was wir wollen, das Allgemeinwohl soll vor das Individualwohl gestellt werden. Naja, das ist also, wenn man diese Wertennetze sich ansieht, Freiheit und Solidarität ist gegenläufig. Und das Problem ist, wenn ich alles auf Allgemeinwohl verschiebe, und das hat der Robespierre gemacht, der hat dann gesagt, die Diktatur des Volkes, vielleicht Diktatur, und da gab es auch Diktatur des Proletariats, also es ist immer ähnlich. Er hat ein totales System schon im Ansatz propagiert. Und natürlich hat er gesagt, man soll eigentlich zurück zur Natur, so hat er das nie gesagt, aber zurück zu einem Naturzustand. Man sieht, die Keime der Probleme liegen hier schon klar vor Augen. Aber es gab etwas, was man unbedingt natürlich sehen muss. Gegenaufklärung bedeutet, man hat im 19. Jahrhundert, und da gibt es einen Ausdruck des langen 19. Jahrhunderts, da geht eben von der Französischen Revolution bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, alle Regime haben die politischen Ziele und Werte der Französischen Revolution unterdrückt, und zwar überall. Das war so ein Schock, dass man die sogenannte Restauration und Reaktion hat. Der Neoabsolutismus war da. Das heißt, der Adel und der Glerus hat, in dem Fall der Adel primär, hat wieder die Kontrolle übernommen. Und die Bürger, die haben nichts mehr zu sagen gehabt. Und zwar war das überall. Das war in Frankreich so, in England so, in Österreich so, in Deutschland so, auch in Russland, das durchaus aufgeklärt war unter Katharina. Und übrigens auch in Amerika war es so, dass man aufgrund der Auswüchse der Französischen Revolution plötzlich eigentlich gar nicht mehr Rechte haben wollte. Also deshalb war die Sklaverei in Amerika noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts präsent. Das heißt, überall gab es eine Reaktion. Und was jetzt ein Problem ist, das uns bis heute nachhängt, Bonaparte hat natürlich Europa erobert, er hat aber auch Ägypten erobert. Und er hatte 1812 das größte Kolonialreich. Das hat natürlich sofort die Engländer auf den Plan gerufen. Und jetzt kam ein ungebremtes Wettrennen um die Kolonialisierung. Alle wollten die Welt aufteilen. Das wurde erst einige Jahrzehnte vorher gab es die Weltumsegelung, die erste. Das heißt, da wurde die Welt tatsächlich global. Und das hat man sofort ausgenutzt, um überall Kolonien zu gründen. Das heißt, er hat die Aufklärung gewaltsam in ganz Europa durchgesetzt. Das war eigentlich eine Zwangsmissionierung. Und das endet im Imperialismus. Und wenn man das jetzt noch ansieht, das Ganze ist eigentlich gegen die Werte der Aufklärung gerichtet. Das heißt, etwas, was man gut meint, muss nicht unbedingt gut sein. Und die Gegenbewegungen, man kann auch Gegenaufklärung sagen, das waren die nationalistischen Bewegungen. Aufgrund des Einmarsches, da kamen dann die Nationen. Das war die Geburt der Nationen. Das heißt, man hat etwas gemacht, was man eigentlich gar nicht so intendiert hat. Das heißt, wir haben eine Globalisierung der Kolonialisierung und des Imperialismus. Ab dem, ab so 1700, also ab der Französischen Revolution kann man sagen. Und naja, das Motiv war, das war schon in der Kolonialisierung der Portugiesen und Spanier. Man missioniert, da wollte das Christentum nach Amerika bringen. Jetzt hat man gesagt, naja, man zivilisiert die Wilden. Und die echten Motive waren natürlich der Abgreifen von Ressourcen. Man wollte Märkte erobern. Das war ja der Freihandel, war damals ja neu. Und die Geopolitik spielte jetzt eine Rolle. Die Erde wurde aufgeteilt. Und das war eigentlich bis in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts noch präsent. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was Opiumkriege waren. Man hat dreimal China erobert. Das vergessen die übrigens nicht. Das kollektive Gedächtnis ist lange bei den Chinesen. Und sie haben einfach, sie wollten Freihandel und haben das mit Opium gemacht. Man hat die Leute süchtig gemacht und gesagt, ja, ihr wollt's gerne freihandeln. Na, das geht gar nicht. Wir marschieren ein. Das hat man mit Japan gemacht und eigentlich mit sehr vielen anderen. Und was heißt das? Die Gegenreaktion war natürlich, man hat jetzt nicht die guten Seiten der Aufklärung gesehen. Man hat die Leute gesehen, die einmarschiert sind. Das waren Feinde. Und jetzt kann man sagen, naja, ich hab da das vielleicht überspitzt mit dem Motto, den Motiv und den Echtmotiven. Aber wenn man sich ansieht, kennt jemand dieses Bild. Na, was sieht man da? Man sieht eine sehr weiße junge Frau, so eine thronende Göttin und vor ihr Knien relativ dunkelhäutige Eingeborene. Und was haben die? Die bringen Gaben, die schieben also Ressourcen zu der Göttin hin. Und daneben, links daneben, gibt es einen Herrn, der so mit gnädiger, ablassender Gäste dem Kind ein Buch überreicht. Das heißt, ich hab das erst nach, ich hab dieses Bild erst gefunden, nachdem ich die vordere These aufgestellt habe. Ich hab gesagt, ja, das illustriert genau das, was passiert ist. Man gibt die Schrift, die Zivilisation und kassiert die Ressourcen. So, was ist das? Das ist eigentlich eine Kutsche, die goldene Kutsche. Das wurde 1898 gemalt. Übrigens sehr gut gemalt. Die Künstler haben immer genau das ausgedrückt, was man eigentlich sagen wollte. Aber was ist das wie eine Kutsche? Ja, das holländische Königspaar ist mit dieser Kutsche bis noch im vorigen Jahr jedes Jahr zum Rittersaal geführt worden. Das heißt, das hat bis zum letzten Jahr, wurde die aktiv benutzt mit diesen Bildern. Und dann hat man gesagt, naja, das ist doch rassistisch, das geht nicht. Wobei ich, gut, es ist natürlich rassistisch, aber es zeigt noch viel mehr, was man mit der Kolonialisierung wollte. Das heißt, man kann sagen, Kapital und Macht dominiert im 19. Jahrhundert. Das ist das berühmte Menschen der Kapitalismus, das Großbürgertum, Imperialismus ist da, aber eben nicht die bürgerlich-liberale Aufklärung. Die geht sozusagen in den Untergrund. Und deshalb sind diese ganzen Prozesse so langsam gekommen. Weil alle politischen Kräfte haben im 19. Jahrhundert versucht, Menschenwürde, Wahlrecht, Parlamentarismus, das war eigentlich nicht gewünscht. Und es gab nämlich viele, viele Revolutionen, die das versuchten, doch wieder aufs politische Paket zu bringen. Das war 1825 der Dekapristenaufstand in Russland, niedergeschlagen. 1830 Revolution, besonders in Paris, niedergeschlagen. 1848, die große Revolution in Europa, auch hier die Baden, da waren die Badener, die waren immer etwas aufmüpfig, die waren die badische Revolution, niedergeschlagen. 1870, das waren die Kommunen in Paris, auch niedergeschlagen. Wurde alles militärisch niedergeprügelt. Bei jeder Revolution wurde ein bisschen Zugeständnisse gemacht. Das heißt, ganz langsam hat man doch Rechte zugelassen. Aber das Ganze war politisch. Aber es gibt nicht nur eine politische Reaktion, sondern auch eine weltanschauliche. Und das ist vielleicht etwas, was für einige vielleicht überraschend kommt. Man war schon im Ende des 1800s gegen den Materialismus der Aufklärung. Und man setzte dann auf Antirationalität. Das ist sozusagen die weltanschauliche Gegenaufklärung. Begonnen hat das eigentlich als künstlerische Reaktion im sogenannten Roman Sturm und Drang. Das wird man vielleicht sich noch erinnern. Das war in der Schule, hat man das vielleicht gelernt. Es gab dann eine sogenannte Zeitalter der Empfindsamkeit. Man hat also die Gefühle hervorgestrechen. Der Beatismus, das war eine religiöse Bewegung, die Frömmigkeitsbewegung. Und 1777 hat eben der Klinger seinen Roman Sturm und Drang veröffentlicht. Und dadurch kommt der Name. Das war eine Auflehnung gegen die Aufklärung. Das war schulmeisterlich, elitär. Die Schöpferkraft wurde eingeschränkt. Man wollte das nicht. Und wir haben ja gesehen, da gab es ja die Aufklärer, die extremen Atheisten. Ich habe gesagt, der Mensch ist eine Maschine. Das konnten Künstler überhaupt nicht. Auch Böthe war noch im Sturm und Drang. Wie man sieht, die Lein des jungen Wärters war von Böthe, eines seiner berühmten Frühwerke. Der hat auch gesagt, Mensch, als Maschine, das geht gar nicht. Und das war eigentlich die erste Jugendprotestkultur. Übrigens Freiheit. Das war eigentlich auch meiner Meinung nach ein Resultat der Aufklärung. Es wurde das Genie, das Originalgenie, der alles machen kann. Und in England, da waren nicht einmal die deutschen Vorreiter, sondern in England hat man dann Schauergeschichten, Mittelalter, Gothic gebracht. Und ich weiß nicht, ob Herder ein Begriff ist. Der ist eigentlich Bietist. Und der war der Erfinder der Volk, Seele und der ethischen Nation. Und das Interessante ist, bei diesen ganzen Zuwendungen zum Gefühl, die Gegenaufklärung war nicht so sehr jetzt von der Kirche dominiert. Weil es war schon 1800, ja, intellektuell war die Religion durch. Das war kein Thema mehr. Und eigentlich wussten das die Leute, die haben sie versucht, natürlich rein rational mit Religion auseinanderzusetzen, die Klerikalen, und versuchten irgendwie, das zu rationalisieren. Aber das war eigentlich schon klar, das wären nur Rückzugsgefechte bis heute. Aber was man dann gemacht hat, was ist dann eigentlich eine, die Basis der Religion, das Gefühl. Und da waren tatsächlich Burke und Hertz Engländer, die propagiert haben, ja, eine gotische Katastrale, das hat ja auch Ästhetik, das Mittelalter, das heißt doch poetisch. Das heißt, man hat versucht, so von der Hintertür, über das Gefühl doch wieder die Religion hineinzubringen. Das heißt, Märchen und Mythen, klar, das kam damals in Mode. Und das ist, denke ich, der Wegbereiter von Idealismus und Romantik. Übrigens, Gotik gibt es heute noch. 250 Jahre gibt es die Bewegung noch immer. Das heißt, man wollte dieses mechanistisch-materialistische Weltbild nicht. Das Gefühl muss in den Vordergrund. Der Mensch liebt Geschichten, gefühlvolle Geschichten. Das sind die Dinge, die der Mensch von der Evolution her immer wollte. Und jetzt gibt es einen weiteren christlichen Autor, den Hamann. Der hat ein Erweckungserlebnis gehabt, der hat nur mehr das Christentum verteidigt und der hat dann gesagt, ja, wir sind einer Vernunftsdiktatur unterworfen. Das heißt, das sind die gefühllosen Vernunftautomaten, die rein rational durch die Welt gehen. Das wurde als Narrativ, also als Geschichte erzählt. Von der Gegenaufklärung her. Allerdings ist die Frage, gezwungen wurde ja niemand. Und die Vernunft auch gar nicht das, was in den Vordergrund gestellt wird. Das war ja die Mündigkeit. Und Gegenmündigkeit kann man fast nicht sein. Aber diese Begrifflichkeit, das sieht man heute noch. Das wird auch heute noch als Argument gebraucht. Und jetzt ist die Frage, warum war das so? Und das, mein, jetzt kommt jetzt mein Hintergrund als Neurowissenschaftler. Wenn man sich das, also es ist durchaus auch Systemtheorie, Neurowissenschaften, es ist wichtig, um das zu verstehen. Weil, wenn man sieht, Instinkte, Emotionen, Gefühle, Heuristiken, nicht die Ratio, das sind alte Gehirnteile. Das ist sozusagen fix verdrahtet. Instinkte und Gefühle, die kann man nicht beeinflussen. Das weiß ja jeder selber. Wenn man beleidigt wird, man ist beleidigt, man kann dagegen gar nichts tun. Oder Trauer oder Freude. Das passiert einfach. Und wir als Person können nur abdämpfen. Aber das ist fix verdrahtet. Und das nennt man ja auch Cognitive Bias and Noise. Diese Gefühlskomponenten, ich weiß nicht, die, die sich in der Neurowissenschaft auskennen, das liegt im thalamischen, aber noch mehr im lymbischen System. Das sind alte Gehirngebiete, die unterhalb des Cortex, der Großhirnrinde liegen. Und man sagt auch, naja, die Großhirnrinde, die ist sozusagen in der Evolution drüber gebaut worden. Und es gibt nur sehr wenige Bahnen, die vom Cortex in diese Gefühlszentren gehen. Das heißt, man hat gar nicht so viele Eingriffsmöglichkeiten. Und da gibt es eben auch das Bild, eigentlich ist da die Ratio, ist ein Reiter auf einem Pferd, ohne Zügel. Das Pferd rennt irgendwo hin. Das ist das Gefühl. Und man glaubt dann, naja, das war eigentlich ich, der das Pferd gelenkt hat. Und wirklich waren das Gefühle. Und das nennt man kognitiven Bias. Man wird gefühlsmäßig vorgeprimt. Oder Noise. Übrigens, jeder Systemtheoretiker oder Messtechniker und Sensoriker weiß das. Das sind die Fehler, die auftreten. Der absolute Fehler und Rauschen. Und warum? Je nach meiner Gefühlslage kann ich ein und dieselbe Entscheidung einmal so und einmal anders entscheiden. Und zwar nicht aus rationalen Gründen, sondern nur aus gefühlsmäßigen Gründen. Das heißt, die Ratio kam ja sehr spät in der Evolution. Und folglich werden die Gefühle natürlich stärker herausgestrichen. Das ist natürlich extrem wichtig, weil man wird noch sehen, eigentlich wollte man gegen den mechanistischen Menschen an. Aber wenn man sich auf das Gefühl und Instinkte verlässt, das ist sich verdrahtet. Da ist man nämlich wirklich eine Maschine. Das ist Paradox. Aber so ist es natürlich. Das heißt, wir haben dann eben das Zeital des Idealismus, Romantik. Gut, wir hatten die Industrielle Revolution, die napoleonischen Viren. Man war eigentlich, es war das ganze Weltgefühl wie durcheinander. Das war damals auch eine Riesenzäsur. Übrigens, die blaue Blume der Romantik. Das ist vielleicht die Poesie. Und man hat den Idealismus gegen den Materialismus ins Feld geführt. Übrigens, das geht bis heute durch. Das ist nicht zu Ende. Das ist noch immer Programm. Das Gefühl ist im Alles. Und man hat der Taktik aufgehend. Es war so kalt. Das ist fürchterlich. Man hat alles entmythologisiert. Es ist alles entsaubert worden. Schrecklich. Und man flüchtet dann in die Fantasie. Die virtuellen Welten, das ist die virtuelle Realität. Das ist keine Erfindung von heute. Das wurde damals propagiert. Geschichten. Und jetzt kommt eben die Fantastik, der Mythos, Weltgeist, das Übersinnliche und so weiter. Das kommt jetzt alles wieder hoch. Das heißt, Religion und Mittelalter kommen wieder in Mode. Etwas, was eigentlich schon in der Renaissance eigentlich schon weggeschoben wurde. Jetzt kommt es wieder. Und da sieht man, der Novalis, also der von Hardenberg, der hat gesagt, es muss eine poetische Vernunft geben. Und zwar, was hat er gemeint? Was war denn das Programm? Also wenn ich irgendeinen gemeinen, entweder Menschen oder irgendein unscheinbares Ding, kann ich die Würde des Unbekannten geben. Und einen unendlichen Anschein. Das heißt, ich romantisiere es. Was man damit macht, ist eigentlich sakralisiert. Man sakralisiert etwas. Und er hat eben gesagt, das Mittelalter, das war doch toll. Alle waren Christen. Alle waren vereint. Das war herrlich. Ein gemeinschaftliches Interesse verbannt. Alle. Da denkt man sich, der muss ja wissen, was im Mittelalter vor sich gegangen ist. Aber nein, das ist immer Romantisierung. Und dann kam es. Dann würde ich sagen, die Kunst profitiert. Ich meine, das ist eines der frühen romantischen Bilder. Und was sieht man da? Ist ja schön, nicht? Oder? Eigentlich, man sieht edle Ritter auf dem Pferd. Ein junges Fräulein, ja, Prinzessin war ja auch immer, wird durch den wilden Wald geleitet. Da hinten ist der Vollmond, eine Köhlerhütte. So. Ist doch toll, nicht? Natürlich, wenn man sich das einmal genau anschaut, da sieht man, es gibt keine Blätter. Das muss also eine kalte Jahreszeit gewesen sein. Aber das Mädel ist ziemlich dünn angezogen. Dann, die Ritter, die haben Prunkrüstungen an. Das ist eine Turnierrüstung. Was macht ein Ritter in Turnierrüstung im Wald? Was macht man? Wer führt in der Nacht eine Prinzessin durch den tiefen Wald? Also rein rational ist das eher, würde ich sagen, fraglich. Aber es ist total romantisch. Und was man sieht, der christliche Ritter. Das ist jetzt, aber das geht weiter. Das geht bis ins 20. Jahrhundert hinein. Eben die Spätromantik. Also es gibt die Frühromantik, die Spätromantik, die Neoromantik. Das ganze Zeitalter war romantisch. Und da sieht man wieder die... Ich weiß gar nicht, ob eine Frau überhaupt einen Ritterschlag geben konnte. Das ist mir jetzt gar nicht bewusst. Aber sie tut es halt, weil es so toll romantisch ist. Und dann Undine ist natürlich ein Märchen, das damals in der Romantik wieder aufkam. Also man sagt, Sehnsucht nach Gefühlen. Aber was war denn das? Der Neorabsolutismus. Die Politiker profitierten davon. Die Leute zogen sich in die Fantasie zurück. Die haben nicht die realen Probleme gesehen. Und die waren ziemlich heftig. Wir haben autoritäre Regime und sowohl die Industrie, Handel und Banker waren autoritär. Die haben das von oben immer unterdrückt. Und das heißt, wir haben dann ungebremste Industrialisierung. Naja, und das sieht man ja heute die Resultate. Und wir haben den Kampf um Ressourcen. Ich würde sagen, das ist bis heute so. Da hat sich auch nichts geändert. Aber was man gemacht hat, man hat den Menschen technologisch instrumentalisiert. Wir haben eben die Ausbeutung von den Arbeitern. Da kam der Sozialismus und Marxismus heran. Also da hat die Kirche nicht so viel gemacht. Und es war jetzt nicht so der Maschinenmensch, sondern der Mensch an der Maschine, der gelitten hat. Das heißt, wir haben einen riesengroßen romantischen Eskapismus in virtuelle Welten. Und die realen Probleme wurden ausgeblendet. Natürlich, was noch dazukam, es kam ein neuer Lebensstil. Die Natur wurde plötzlich wieder modern. Ja, vielleicht. Da gibt es also jede Menge Musikstücke. Waldsehnen. Ja, da entstand der Deutsche Wald, nicht? Und Wandern. Und zwar, das war ja, wie man sieht, ein Franzose, der das gemalt hat. Ich meine, das muss man jetzt sich, das muss man wissen, was man hier auf dem rechten Bild sieht. Das ist ein Adeliger, der mit seinem Diener geht und es kommt ein Wanderbursch entgegen. Aber man sieht natürlich, der Adelige steht aufrecht, der Wanderer steht noch aufrechter da. Und wenn man genau hinschaut, die Scheitelhöhen der beiden sind gleich. Während der Diener, der links hinter dem Adeling steht, in gebüchster Haltung steht, während der Wanderer ist der freie Mensch. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, Wald und Wandern wurde modern. Ist ja nichts Böses, nicht? Aber was noch kam, die Märchen, die Brüder Grimm haben ja aufgrund dessen Märchen überhaupt gesammelt. Vorher hat man sich dafür nicht interessiert. Das war Bauerngeschwätz. Das war jetzt wieder modern. Und es kamen natürlich die Gespenster- und Schauergeschichten. Also, ich glaube, Edgar Allen-Boom, E.T.A. Hoffmann. Und natürlich, Mary Shelley hat dem Frankenstein, dem modernen Prometheus geschrieben. Übrigens war das ein Maschinenmensch. Also, das war Frankenstein, der war der Arzt, der das gemacht hat. Das Monster wurde ja zusammengesetzt. Und mit der Elektrizität belebt. Das ist eigentlich ein Maschinenmensch. Das heißt, sie war eine der Ersten, die Fantasy gemacht hat. Und übrigens, die Drogenkultur kam auch damals. Alle Leute, als alle Künstler haben Laudanum genommen. Das war eine Opium-Diktur. Wir haben sie einfach getrunken. Das war, Drogen wurden modern. Und Fantasy. Die tollen Geschichten. Na gut, Köthe hat da eine Meinung gehabt. Der hat ja gesagt, naja, Blödsinn. Fantasie, Gefühl, Ratio, das muss harmonisch funktionieren. Der hat sich natürlich an der Antike orientiert. Ja, okay. Er hat da nichts anderes gehabt. Und 1808 hat er gesagt, das Romantische ist ihm nichts Natürliches. Es ist bizarr, karikaturhaft, Maskerade, absurd, fantastisch. 20 Jahre später hat er es auf einen Männer gebracht. Das Klassische nenne ich das Gesunde und das Romantische, das Kranke. Und da hat er nicht Umrecht. Mal wieder sehen, wohin das alles geführt hat. Denn, der Deutsche ist ja natürlich, der gibt sich ja mit Kunst, mit neuen Lebenssinn nicht zufrieden. Er muss sofort eine Philosophie draus machen. Die Philosophie des Idealismus kam jetzt. Und jetzt sieht man Schleiermacher. Jetzt, der hat die Religion wieder in den Vordergrund gestellt. Und zwar nicht so die Bibel, sondern das Unendliche. Das Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Er wollte das schmackhaft machen, gefühlsmäßig, in den unendlichen Weiten, romantisch. Und der Schellung, das ist ein Philosoph, aber was er sagt, es gibt mehrere Entwicklungen in der Weltgeschichte und eine, die zweite Entwicklung, führt zu Gottwerdung. Das wird an deren Ende wird Gott sein. Ist eigentlich, würde ich sagen, gar keine Philosophie, das ist eigentlich Theologie. Gut, ein bisschen erinnert ist an Théaude Chardin, aber eigentlich ist das keine Philosophie, das ist Theologie. Und dann kam mit der Transzendental-Philosophie. Transzendenz ist ja auch ein Riesenthema. Und der Kant hat ja eigentlich eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Wenn ich mich selber beobachte, dann bin ich sowohl beobachtendes Objekt wie auch Subjekt in zugleicher Zeit. Ist natürlich interessant. Übrigens ein Problem, das beseitig nicht gelöst ist. Das heißt, ein durchaus interessantes Problem, aber Fichte und Schelling haben daraus den transzendentalen Idealismus gemacht. Das Ich ist plötzlich alles. Innenwelt, Außenwelt wird durch das Ich zur Einheit. Und Schelling nimmt noch an, ja, das Bewusstsein ist vielleicht, sieht eine unabhängige Realität der Natur, während Fichte sagt, nein, das Ich ist eigentlich mit dem Subjekt identisch. Ein bisschen indisch, aber ich würde sagen, das ist eher Theologie. Und beim Hegel, der ist einer der bekanntesten, Philosophen ist, der hat gesagt, ja, ja, die ganze historische Wirklichkeit ist ein Prozess des Weltgeistes, was auch immer das ist, der Weltgeist. Das ist der Endzweck der Weltgeschichte. So ein bisschen, was Fichte und Schelling ja auch gesagt haben. Das ist die Vernunft in der Geschichte. Er hat auch zum Beispiel gesagt, ja, der Napoleon, das ist der Ausdruck des Weltgeistes. So, und den Hegel muss man sich das etwas genauer ansehen. Ich nehme an, jeder kennt hier Hegel, hat davon gehört, hat wer, eigentlich hat hier wer, jemand Hegel gelesen? Ja, es ist nicht toll. Schwierig. Aber er ist natürlich der Philosoph und er war sicher die Leitfigur des deutschen Idealismus. Und er hat natürlich alles behandelt. Den bekannten Dialekt, der Hegel'sche Dialekt, die Hegel'sche Dialektik, damit hat er glaubt, er hat ein Generalinstrument. Aber er hat eine Promotion auf der Naturwissenschaft gemacht. Er hat sich die Planetenbahnen angesehen und da war damals die Diskussion, gibt es zwischen Mars und Jupiter einen Planeten oder nicht? Und da hat der Hegel gesagt, naja, da gab es den Dialog von Platon, den Dimaeus und der hat eine, daraus hat er eine geometrische, eine philosophische geometrische Reihe abgeleitet und hat gesagt, na, es kann nicht mehr sieben Planeten geben und zwischen Mars und Jupiter gibt es nichts. Blöderweise hat er das 1801 veröffentlicht, ist im Jahre 1801 Zeres entdeckt worden. Und ein paar Jahrzehnte später hat man den Neptun entdeckt. Also, er war kein Wissenschaftler. Er wollte auch eine neue Logik aber mit seiner Logik hätte man die formale Logik, könnte man heute keine Computer betreiben. Aber was vielleicht schlimmer war, er war sozusagen der Staatsphilosoph des Preußenreiches. Und das war jetzt nicht der Friedrich der Große, der ein aufgeklärter Kaiser war, sondern das war Wilhelm III. und der war reaktionär. Und jetzt hat der Hegel folgendes entwickelt. Wir haben verschiedene Nationen, die entwickeln sich weiter. Es gibt die höchstentwickelten, das sind die nationenbildenden Völker. Und, da man ja eine Entwicklung hat, ist man am Endziel, und das ist der preußische Staat. Das ist das Ende der Geschichte. Man geht nicht weiter. Die konstitutionelle Monarchie mit einem starken Führer. Und das ist natürlich Ideologie. Das heißt, Philosophie, wenn die untereinander reden, ist das vielleicht kein Problem, aber er hat die Politik beeinflusst. Und, der Staat muss ihm seine Existenz im Kriege behaupten. Das führt noch zu einigen Umständen. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war. Wahrscheinlich nicht. Aber hier entsteht jetzt die Identitätspolitik. Man kann sagen, Herdern hat ihm die Volksseele, die er in den Märchen und Mythen repräsentiert sieht, das war die ethnische, ein Volk, die ethnische Nation. Aber daraus kam die die deutsche Nation. Die Burschenschaftler entstanden. Da war der Fichte, den haben wir schon gehört, der war einer der Proponenten. Und die haben keine Juden aufgenommen. Da sieht man schon, es wird gefährlich. Das ist Eskalationsstufe 2, würde ich sagen. Und die Germanen wurden jetzt als neue Leitfigur der neu erfundenen deutschen Nation. Die deutsche Nation gab es nicht. Es gab viele deutschsprachige Völker, aber keine deutsche Nation. Das wurde neu erfunden. Na gut, der Richard Wagner hat natürlich einiges an Arbeit geleistet, dass man da, dass man das tatsächlich auch wirklich verinnerlicht hat. Und nach 1866, da hat Deutschland Österreich besiegt, was als Österreicher natürlich schmerzt, aber ab 1866 hat das Preußentum alles dominiert. So. Und dann gibt es eben die preußische Nationalromantik. Nationalromantik. Da sieht man das Hermannsdenkmal, Hermann der Kleruske, der die Römer geschlagen, hat mit den Deutschen überhaupt nichts zu tun gehabt. Nichts. Arminius, das waren ganz andere Zeiten, er hat andere Ziele gehabt, aber er wurde jetzt zum Mythos. Und jetzt wurde das natürlich weitergeführt. Und jetzt gibt es ein bisschen politische Propaganda. Das war 1895 und da hat der Kaiser gesagt, wir haben ein Problem. Die Chinesen kommen. Die gelbe Gefahr. Übrigens höchst aktuell. Da hat sich nichts geändert. Und wie man sieht, da sieht man eine interessante Mischung zwischen Wagner, Christentum, Preußentum. Also man sieht ein paar Walküren in Rüstung. Den Erzengel Michael mit Flammenschwert, das Kreuz. Und da hinten sieht man den Buddha. So rechts hinten kommt der Buddha vor. Also ganz fürchterlich. Man muss sich vor denen schützen. Allerdings hat man damals, die waren eigentlich blöd, gab es die Gegenkarikatur. Eigentlich ist es genau andersrum. Denn John Bull, also die Amerikaner, die haben Asien angegriffen. Das heißt, hier steht eben Völker von Asien schützt eure heiligsten Güter. Das kommt das Kriegsschiff. Die waren natürlich überlegen. Durch Wissenschaft und Technik haben die natürlich alles niedergewalzt. Und der Konfuzius, ja, und der Dach als Symbol von China. Aber was wirklich dahinter steht, ist glaube ich, hier zu sehen. Der Feind aus dem Osten rüstet euch zum Loschlagen. Völker Europas verkauft eure teuersten Güter. Also, naja, hat sich auch nicht so viel geändert, muss ich sagen. Das ist Gott Merkur und alle bringen, verkaufen. So, aber wo es jetzt natürlich, wo es jetzt gefährlich wird, also Eskalationsstufen, gehen wir in die Höhe. Erster Weltkrieg. Und das ist etwas, das hat das, also die Deutschen preußisch dominiert. Das war Kampf der Ideen von 1914 gegen die Ideen von 1789. Also, alles gegen die französische Revolution. Das Ideal eben des Kaiserstaates, der die Innerlichkeit, man sieht Romantik, Preußentum, das kommt alles zusammen. Gegen die materialistische Zivilisation des Westens. Also, man soll Deutschland vor Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bewahren. Das war das Motto des Ersten Weltkriegs. Und jetzt am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist nicht einfach so ein Propagandaspruch. Das ist Philosophie. Das war die allgemeine Meinung. Da gibt es auch ein interessantes Buch, der Aufruf der Professoren. Als Professor muss man sich schämen, aber damals haben alle Professoren gesagt, das muss man schützen. Erster Weltkrieg ist dazu da, um dieses System zu schützen. Und was ist jetzt im 20. Jahrhundert? Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs, dann sehen wir eine riesengroße Welle des Irrationalismus und von totalitären, also sprich, geschlossenen Regimes. Und das ist, kann man auf Hegel zurückführen. Jetzt gehen wir mal zur rechten Seite. Damals kam dieses Rechts-Links-Schema heraus. Also Hegel hat gesagt, der Weltkrieg, der manifestiert sich in staatsbildenden Ethnien, in Völkern und Staaten. in Nationen. Und daraus wurde Internationalsozialismus und der Faschismus gegen den entwurzelten Menschen, gegen die auserwählte, staatsbildende Rasse. Jetzt hat man also den Schwenk gemacht von der Nation zur Rasse und das heilige Blut. Ja, auf der linken Seite, die hegelische Dialektik wurde zum dialektischen Materialismus, zum Marxismus-Leninismus und die links-hegelianer, die das ganze, dasselbe Programm, jetzt kommunistisch, links gerichtet aufgeführt haben. Aber man sieht, links und rechts hat die gemeinsamen Wurzeln und folglich vielleicht, wenn sich jemand wundert, wieso gehen die ganz Rechten mit den ganz Linken, wie kann das sein? Es wundert mich jetzt nicht mehr. Und zwar, die Nationalisten, also die haben gesagt, der entwurzelte Mensch, der wird von seiner Rasse entwurzelt. Und die Marxisten haben gesagt, der entfremdete Mensch, der durch Maschinenkultur entfremdete Mensch, aber die außerwählte Klasse ist es nicht, sind nicht die Aria, sondern es ist der Proletarier. Und der Historizismus, irgendwann einmal kommt es dann zum Sieg des Proletariats, auf der rechten Seite, irgendwann einmal werden die außerwählten Rassen siegen. So, wir haben in beiden Fällen totalitäre religiöse Ideologien. Aber wie der Harari sagt, Technoreligionen, denn beide waren technisch fixiert. Das hat manche Philosophen dazu geführt, zu sagen, das ist ein Resultat der Aufklärung. Aber die haben da was verwechselt. Die Leute haben einfach die Technik genommen. Alle anderen Werte haben die nicht gehabt. Und das heißt, jetzt sehen wir den Irrationalismus heraufkommen. Und ich definiere das so, das ist inadäquate Reaktion auf reale Probleme. Denn jetzt kommen die ganzen Esoteriker. Ich habe das auch blau markiert, alles was blau ist, hat etwas mit Idealismus, Romantik zu tun. Und jetzt kommen alle Strömungen, die man in der Romantik gesehen hat, gegen den Materialismus. Das kommt jetzt in die Religion. Jetzt hat man die verschiedenen alten Religionen, Neuplatonismus, Genosis, auch indische Religionen kamen so ab 1800. Da wurden verschiedene Religionen zusammengemanscht. Was heißt das? Das sind die unsichtbaren geistigen Welten, Geheimlehren, sehr wichtig. Und man geht zu den Erleuchteten, zu den Gurus, zu den heiligen Männern. Also Führer. Und Licht gegen Dunkel, das ist auch eine alte gnostische Tradition. und da kommt es plötzlich zu Dunkelrassen. Lichtrassen zu Dunkelrassen. Und allen diesen Strömungen ist gemeinsam, sie sind gegen die herkömmlich, sie sind alle wissenschaftsfeindlich. Und es entsteht etwas, auch esoterisch beeinflusst, die Lebensreformbewegung. Das sind zwar gute Sachen, wie man möchte natürlich sich ernähren, natürlich leben, natürlich bleiben, aber die waren sehr stark esoterisch beleuchtet. auch aus der rechten Ecke, nicht so sehr aus der linken, aber aus der rechten. Und ich weiß noch, ob man jemand die Frau Blavatsky kennt. Es war eine interessante Dame und die war, wie man sagt, die erste Gründung einer neuen Religion, der Theosophie. Da wurde alles zusammengenommen, was man hat, christlich weniger, aber indische Religionen, die Seelenwanderung und so weiter. Das wurde in Theosophie gemacht und sie ist eigentlich noch immer im New Age, also sehr moderne esoterischen Bewegungen beziehen sich auf die. Das heißt, das ist nicht irgendeine Beschwinnerin. Aber wo das Problem war, sie hat gesagt, ja, es gibt Wurzelrassen, jeder Kontinent hat eine eigene Rasse und es gibt Entwicklungen dieser Rassen. Und da gibt es die fünfte Wurzelrasse und das sind die Aria, die höchstentwickelten. Naja, das hat ja alles von einem tibetanischen erleuchteten Guru bekommen. Niemand weiß, ob es überhaupt je in Tibet war. Das war damals nicht so nachvollziehbar. Das Problem ist, das wurde von der sogenannten Ariosophie aufgenommen. Muss man leider sagen, das waren halt die Österreicher ziemlich Pioniere. Die haben die Aria und die gründeten Nordreiche. Atlantis, Thule und das ist die höhere Lichtrasse. Wer gerne Fantasy oder Science Fiction liest, wird sehen, dieses Motiv taucht in sehr vielen Science Fiction Geschichten auf. Eigentlich was man sieht, ist Fantasy. Die Leute haben fantasiert, aber die haben leider eine fürchterliche Wirkung gehabt. Denn es kamen dann ideologische Rassentheorien daraus. Das heißt, das waren vielleicht Spinner, aber das war ein Umfeld, wo man diese Gedanken, wo jeder diese Gedanken gewälzt hat. Und dann wird es eben blöd. Und etwas, was bis heute aus der Theosophie kam die Anthroposophie, der Steiner. Auch in eine Neugründung. Also wer hat Werke von Steiner gelesen? Hat man das überlebt? Es ist, also ich habe das probiert, es ist Fantasy. Er hat auch immer sein weißes Pulver gehabt, das schreibt er selber, naja, also man sieht, das kommt alles aus der Romantik. Er war auch Lebensreform Beweger, also Esoterik und Lebensreform hat viel zu tun, das heißt Alnatura, Demeter, Wehleta, DM, Waldorfschulen, das Wirkmächtig, das ist kein Spinner, sondern Wirkmächtig. Naja, das heißt, es kommen eben jetzt Okkultismus und Spiritismus kommt in die Gesellschaft und das Ganze, würde ich sagen, ist eine spätromantische Entwicklung. Man sieht auch hier, das war halt jetzt Corona hat mich dazu, also verleitet sich, mich etwas einzulesen, der Steiner hat die Seelenwanderungslehre von der Frau Blavatsky übernommen und sagt, naja, Krankheiten sind dazu da, um Sünden aus früheren Leben zu neutralisieren und folglich müssen Kinderkrankheiten durchgestanden werden. Das war zu einer Zeit, wo die Kinder an Diphterie und Scharlach gestorben sind. Also, naja, und wenn man impft, sich impft, dann hat man ein materialistisches Weltbild, da möchte man was tun und das die Seele und den Geist zu verwenden, um die Kranke zu besiegen. Also, sehr schwierig. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, der hat wissenschaftlich untersucht, wie Impfen Löcher in der Aura macht. Und diese Löcher in der Aura beeinflussen das nachtodliche Leben. Ja, also da hört sich natürlich jede Diskussion auf, da ist man voll in der Religion drinnen. Aber, es ist nicht nur Spinnerei, sondern, es wurde von den Nazis ideologisiert. Die haben natürlich die deutsche Physik eingeführt, die größte Katastrophe, aber, sie haben auch die deutsche Heilkunde, weg von der Maschinenmedizin, hört man vielleicht, Maschinenmedizin, Big Pharma, ganz schlecht, sondern, sie haben gegründet, den Reichsverband der Naturärzte, man geht zu den Kräutern, homöopathische Ärzte, und die Vereinigung anthroposophischer Ärzte, das haben die Nazis installiert. Ja, und dann gibt es natürlich ein schönes Bild. Ja, ich glaube, ich hoffe, die Schrift kann man lesen. Aufruf zur Impfung, und es ist mir sonderbar zumut, denn Gift und Jud tut selten gut. So, jetzt sieht man, was daraus gemacht wurde. Und wenn man denkt, das ist ja schon lange vorbei, nee, ich glaube, jeder kann sich noch den Herrn Hamer erinnern, der die germanische Heilkunde 1981 etabliert hat. Das heißt, das ist nicht tot. Diese ganzen esoterischen neureligiosen Strömungen kommen bis heute. Und dann gibt es natürlich, Hitler hat davon profitiert, man wird sehen, wie er diese ganzen Strömungen zusammengefasst hat. Er sagt, die Ari haben eine idealistische Grundeinstellung, Romantik pur, und das ist eine rassenspezifische Eigenschaft, das ist die Rassideologie, man muss das eigene Ich dem Leben der Gesamtheit unterordnen. Also das Gemeinwohl steht vor dem Einzelwohl, man ist Held. Und interessanterweise die blaue Blume der Romantik, das war das Zeichen der Großdeutschen, das ist der von Schönerer in Österreich, hat die Kornblume als Abstecksymbol. Übrigens die FPÖ hat das heute noch. Also die Geschichte ist nicht tot. Und der Jude, der ist rassisch-minderwertig, er gehört nicht zu den höheren Rassen. Er hat keine idealistische Gesinnung, er konnte nie einen Raum stattgründen. Naja, ich weiß nicht, hat er nicht Geschichte, warum das so war, aber okay. Und sie müssen deshalb die widernatürliche Gleichheit postulieren. Naja, okay. Und der ewige Kampf, das sieht man, Hegel, der nationale Machtstaat, da sieht man das Preußentum noch durch, der autoritäre Führerstaat, ist gegen die Verfallssysteme Demokratie, Sozialismus und Marxismus gerichtet. Und das Recht des Stärkeren ist ein Naturgesetz. Naja, man sieht hier, es werden Emotionen gezielt angesprochen. Und das mit Psychotechniken. Man kann, wenn man die richtigen Hebel und Knöpfe des Menschen kennt, kann man ihn manipulieren, weil das geht ja nicht über den Cortex, sondern es geht mit tieferen Gehirngebieten. Man kann das extrem gut anwenden. Das haben schon die Leute in den 30er und 40er Jahren gekannt. Heute übrigens ist es noch viel ausgefeilter. Und jetzt kann man sagen, da sieht man das Programm der Romantik, die Nationalsozialist Bewegung ist das deutsche Gemüt gegen die Willkür des kalten Intellekts. Das heißt, der Triumph der Seele, des Gefühls gegen das Mechanische. Und Paradox ist eben, dass es eigentlich genau anders darum geht. Aber man sieht eben wieder, der Hitler in Schimmer der Rüstung, Assoziationen mit früheren Bildern sind rein zufällig. Also man sieht, was solche autoritären Gesellschaften angerichtet haben. Also vielleicht ein paar spinnende Ideen. Wenn man die zusammenbringt und ideologisiert, dann gibt es Unheil. Und das waren eigentlich Pseudo. Auch diese Bewegungen sind Technoreligionen. Das waren religiös konnotierte Ideologien. Man hat die Leute euphorisiert, das eine war eine Klassengemeinschaft, das andere Volksgemeinschaft, das schenkt sich nichts, das ist sehr äquivalent. Übrigens, das kommt eben vom Popper. Und da finde ich, da hat er sehr recht. So, denn wenn man sieht, wie hat das so lange gedauert, um die Aufklärung durchzusetzen? Naja, man hat gesehen, was alles dazwischen vorgefallen ist. Das alles war gegen die Aufklärung gerichtet. Eigentlich hat die ganze Romantik, das Gefühl in den Vordergrund zu stellen, Kunst ist okay, aber es hat ganz andere Kräfte geweckt. Und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte kam erst 1948. Und heute, naja, man muss sehen, die Geschichte schläft nicht. Man sieht genau dieselben, also Bannon ist natürlich vielleicht ein extremer Fall, aber der hat den Trump ja doch maßgeblich beeinflusst, dann wurde dem Trump auch zu viel. Die weiße Identität muss sich durchsetzen gegen die, naja, die minderen Rassen des Ostens. Und man hat die spirituelle Verwurzelung des Kapitalismus ist. Nicht mehr im Auge. Ja, und das, was mich am meisten natürlich ist, der Krieg gegen Islam und China. Also, das hat er auf 2014 gesagt, das waren natürlich die Falten in Amerika, aber der große Krieg wird vorbereitet. Das macht mir persönlich etwas mehr Sorgen. Und jetzt kommen wir schon zum Ende, wir sind ja schon in der Zeit angekommen, ist die Philosophie der Postmoderne hier irgendwie präsent. Weiß jemand, was Postmoderne ist, oder man versäumt nichts. Aber, das, was die gesagt haben, ist, es gibt keine Wahrheiten, es gibt nur Erzählungen. Die haben gesagt, auch Wissenschaft ist auch nur eine Erzählung. Waren berühmte Leute, Lyotard, also die Franzosen meistens. Und eigentlich gibt es jede Menge alternative Wahrheiten. Das Heerabend mit Anything Goes, ist ganz egal, wo ich dran, ich glaube sie, ja, das ist dasselbe. Naja, man muss da aufpassen. Es gibt natürlich keine alternative Wahrheiten, es gibt alternative Interpretationen, aber es gibt einen Meister der alternativen Wahrheit. Und es wurde das postfaktische Zeitalter ausgerufen. Und jetzt wird es nämlich kritisch. Denn alternative Fakt gibt es gar nicht, oder? Ja, es gibt sie schon, aber das sind Lügen. Entweder das ist was so, oder nicht. Also, man sieht, diese Strömungen, die wären heute erst richtig schlagend. Gut, natürlich Markt, Adam Smith hat so den freien Markt eingeführt, er hat aber da die unsichtbare Hand des Marktes. Da hat mich schon immer gedacht, was ist das? Na gut, das ist ein Systemgedanke, tatsächlich, das System ist, das freie Markt ist es super, bin tatsächlich auch dafür, Innovatoren, Unternehmer, Kleinmittelbetriebe. Er hat aber, der Adam Smith hat doch die Stoa, also die stoische Philosophie genommen. Aber natürlich der extreme Neoliberalismus, der sagt, nur der freie Markt kann es richten, das ist ein Glaubenssatz. Ja, und die Ratingagenturen sind ihre Propheten. Bestimmen natürlich auch die Politik. Und jetzt muss man sagen, ja, wo liegt denn der Fehler? Das Fehler ist, der freie Markt ist ein Subsystem, das macht man so systemtheoretisch. Ein toll funktionierendes Subsystem. Aber nur die Impf- und die Outputgrößen sind nicht definiert. Man geht davon aus, dass man Energie und Ressourcen beliebig zur Verfügung hat. Und der Output sind natürlich die Produkte und alles andere Abfall, CO2, interessiert einem nicht. Das heißt, man hat nicht das Gesamtsystem im Auge, sondern ein kleines Subsystem, das aber fürchterlich gut funktioniert. Und das ist ein Riesenproblem. Das wird uns noch lange beschäftigen. Hoffentlich. Und jetzt kann man eben sagen, was war denn Aufklärung? Mündigkeit. Heutzutage ist es halt so, dass wir noch immer in virtuelle Welten flüchten. Das ist eigentlich Bequemlichkeit und Selbstinfantilisierung. Man lässt sich gehen. Und Esoterik. Das ist also die klassischen Religionen, christliche Religionen, sind ja am Niederbrechen. Aber was jetzt kommt, ist Esoterik. Und wie man sieht, das hat eine lange Tradition und war auch schon wirkmächtig und zwar nicht unbedingt im positiven Sinn. Man gibt sich den Gurus und geistigen Führern hin. Gut, es sind einfache Geschichten für die Lebensbewältigung, aber eigentlich ist das eine Selbstentmündigung dadurch. Und die Krise der Demokratie haben wir. Eigentlich hat die Merkel damit begonnen, wenn sie sagt, es ist alternativlos, dann muss eigentlich jeder, aufgeklärte Melden denken, gibt es das überhaupt? Alternativlosigkeit. Das ist schon schwierig. Das ist schon eine frühe Eskalationsstufe, aber hier sieht man, überall kommen die autoritären Regimen hoch. Und der sogenannte authentische Populismus. Der Trump ist nämlich authentisch. Der ist so. Der spielt nicht. Die anderen Politiker, die verbiegen sich. Und wir haben natürlich eine ziemliche Überbiokratisierung, aber das ist vielleicht auch ein deutsches Problem. Das heißt, wir sind nicht mehr, wir partizipieren nicht mehr. Und eigentlich die Ahnungslosigkeit. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass wir durch Werbung, Manipulation und Propaganda heute in einem Ausmaß mit, also Hebel und Knöpfe, das kennt man heute so gut, dass man jemanden beeinflussen kann, ohne dass es merkt. Man merkt es nicht. Oder nur, wenn man es wirklich genau darauf achtet. Und das Nächste ist natürlich, wir haben jetzt wieder eine indirekte Meinungsdiktatur. Wie gesagt, man sollte ja sagen, Voltaire sollte gesagt, ich bin zwar anderer Meinung, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass man die Meinung frei aussprechen kann. Das war bei Corona schon ein bisschen schwierig. Denn da war, die Frage, da kann man jedem Quatschkopf eine Stimme verleihen, das war die These der falschen Balance. Man soll keine falsche Gleichgewichtung geben, aber nur, wer bestimmt denn was Falsches. Das ist ein Riesenproblem, was ich allerdings für mich so gelöst habe, wissenschaftliche Querdenker sind erwünscht. Wenn man den Galileo nicht gehabt hätte oder den Kopernikus, naja, da wären wir heute nicht so, wo wir sind. Allerdings die religiösen und esoterischen Querdenker, da kann man tatsächlich nicht, also man kann mit niemandem diskutieren, der sagt, die Aura hat Löcher. Da hilft keine Diskussion mehr. Aber natürlich, wir haben eine ideologische Engführung, das heißt, man sieht schon, die zweite Eskalationsstufe ist dann schon erreicht, dass man sagt, naja, Kant, der war doch Rassist, der war doch gegen Juden, die kann man ja gar nicht mehr ernst nehmen, alle, die man nicht will, werden ausgeladen, das ist tatsächlich so, die werden einfach, man, heutzutage köpft man niemanden, aber er wird einfach nicht mehr eingeladen und wird nicht mehr wahrgenommen. Sogar der Richard Dawkins wurde ausgeladen, weil er gesagt hat, na, wir haben eine Biologie, das Geschlecht ist doch biologisch bestimmt, naja, da hat man wieder Sex und Gender von der anderen Seite verwechselt, aber das war dann tatsächlich eine Ausladung. Man hat jetzt die politische Korrektnis als Moralkäule, eigentlich gibt es ein Kritikverbot und man sieht, wohin das führen kann, das heißt, das sind so Dinge, die in eine Richtung gehen, die problematisch sind und man kann, eines kann man sagen, das ist ja, das müssen wir von der Aufklärung übernehmen, Fakten sind Fakten und der Diskurs ist zumutbar, man kann mit allen Leuten diskutieren, man muss es, da haben wir mal so den eigenen Diskurs Philosophie aufgebaut, man muss mit allen reden können und wenn man das nicht mehr tut, dann ist man schon auf dem Weg zu einer ideologischen Engführung. Jetzt kann man sagen, wir haben einige Dinge, die wir behandeln müssen, Gleichberechtigung ist tatsächlich noch immer ein Problem, nach 250 Jahren, wo dann die ersten Leute, Conor Kay, die Grosch und die Ashley, die waren schon in 1780 für Frauen gleichberechtigt, das ist heute noch immer nicht da, Corona-Pandemie war ein Problem, Klimakatastrophe ist ein Problem, Krieg, also wir haben so ein paar Dinge, die man behandeln muss und zwar mit Rat, mit doch, mit kühler Ratio, denn man kann sagen, wenn man ideologisiert, und das ist eben meine Theorie, Engführung, Ideologisierung und man ist auf dem Weg ins Verderben, man durch die hundertprozentige Durchsetzung von irgendwelchen Werten kommt man zum Gegenteil, das ist sozusagen mein Resümee, man kann durch einen radikalen Feminismus dann fahren, das ist eine Ideologisierung, wenn man die Corona-Notstandsgesetze nicht aufhebt, dann kommt man tatsächlich in die Richtung Corona-Diktatur, man hat ja sehr viel Freiheitsrechte aufgehoben, da muss man aufpassen, und wenn man die Klimakatastrophe nicht beenden kann, könnte es sein, dass man zu einer Öko-Diktatur kommt, also das Ganze ist möglich, ja Krieg, das ist natürlich jetzt was sehr Aktuelles, da wollen wir schauen, dass wir dann nicht in den Notstand kommen, aber ich möchte nur sagen, alle diese Dinge haben etwas mit Angst, also mit Emotion zu tun, übrigens bei Corona haben zuerst die Politiker Angst bekommen, dann, oh je, da kommt was, das könnte unsere Stimmen großen, wir müssen überreagieren, dann haben sie überreagiert, haben innerhalb von einer Woche den Shutdown, also den Lockdown beschlossen, heutzutage weiß man, das war etwas überreagiert, da hat man mehr Schaden angerichtet, als man es genutzt hat, gut, hat man damals nicht gewusst, aber Klimakatastrophe und Krieg hat immer mit Angst zu tun, und hat ein paar Stichworte, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, das hat vielleicht damals niemand so richtig ernst genommen, aber, Ukraine, naja, da möchte ich jetzt, da kann man durch einen ganzen Abend reden, wird sehr schwierig, wird auch viel diskutiert, man muss ja aufpassen, dass man nicht zu einer Doppelmorale kommt, so etwas, was man bei der Kolonialisierung gemacht hat, oder man darf auch nicht ideologisieren, das ist, da sehe ich jetzt tatsächlich ein paar Gefahren auf uns zukommen, ja, also, die Corona-Versammlung haben gesagt, habe Mut, ich deines eigenen Verstandes zu bieten, sie waren gegen Versammlungsverbot und gegen Impfpflicht, ich würde sagen, ja, kann man sein, und jetzt muss man als Staat abwägen, wie gehe ich damit um, alles zu verdammen geht nicht, alles laufen lassen geht auch nicht, das war mit Abwägen schwierig, da war das meines Erachtens nicht wirklich toll gelöst und jetzt ist natürlich etwas, was wir mittendrin sind, was aber etwas mit dem Kolonialismus der Vergangenheit zu tun hat, das ist eben vom Herrn Masala, der jetzt auch in allen Talkshows auftritt, der hat in seinem Buch eben geschrieben, ja, eigentlich die neuwestliche Geopolitik, wir wollen billige Waren, billige Rohstoffe, billige Textilien, Chips und so weiter, wir wollen aber noch immer wirtschaftlich Dominanz haben, aber eigentlich nur den eigenen Wohlstand sichern und durch direkte und indirekte Einflussnahme auf andere Staaten durch gefällige Politik diesen sichern und das ist natürlich etwas, was sehr leicht zu Doppelmoral führen kann und zur Präferenzumkehr, man muss sagen, naja, entweder wir machen das für alle gleich, bei Ukraine zum Beispiel, naja, man hat Serben angegriffen, weil man Minderheiten schützen will, naja, jetzt hat Russland angegriffen, weil es ihre Minderheiten schützen will, naja, der Westen hat Libyen angegriffen, also, wenn man sagt, okay, wenn ein Land, jemand, ein anderes Land angreift, dann unterstützen wir das angegriffene Land, das muss man dann durchhalten, bei jedem Land der Welt, sonst gibt es eben Doppelmoral, oder man kehrt die Präferenz um, man hat nur bestimmte politische Präferenzen, andere, die schiebt man weg, also wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation, und eigentlich eben durch Ideologisierung und politische Missionierung, genau dasselbe, was man in der Kolonisierung gesehen hat, man schiebt etwas vor, aber eigentlich führt das zum Widerstand gegen diese Werte, und zu einer politischen Gegenaufklärung, das ist eigentlich schon die Schwierigkeit heute, das heißt, jetzt kommen wir zur Endfolie, wir sehen eben tatsächlich den Neoliberalismus in der extremen Form ist ein Problem, dann der Tugendterror, also das ist etwas Ideologisierung von Meinungen, das ist etwas extrem gefährlich und geht alles gegen die Aufklärung, das Problem ist allerdings, das Wissen und die Komplexität nicht immer schneller zu, und folglich fürchten sich viele in einen esoterischen Irrationalismus und Autoritäten, wenn man selber nicht mehr zurechtkommt, das heißt, was kann man dagegen tun, und da würde ich sagen, da habe ich nur mehr schwache Hoffnungen, wir brauchen eine umfassende Befähigung, das heißt, alleine die normale Wissensvermittlung, die wird nicht mehr reichen, Lernfähigkeit des Cortex ist recht hoch, aber es braucht ungeheuer lange, dass man durchsteigt, theoretisch ist es möglich, aber auch nur die Zeit, man müsste dann schon sehr früh in der Kindheit beginnen, dort wo es aber nicht klappen wird, wie kann ich die alten Gehirnteile mit den Neuren, also Gefühl und Ratio verbinden, wir haben fix verdrahtete Systeme bei uns im Hirn und etwas flexiblere, was im Cortex für sich geht, man kann sagen, ja, Selbsterkenntnis, erkenne dich selbst, auch alt, ist aber, man kann dieses Problem nicht lösen, das könnte uns tatsächlich, das könnte das Ende bedeuten, wenn man das nicht schafft und immer nur von Gefühlen geleitet wird und es nicht merkt, dann wird es extrem schlecht und natürlich Synchronisierung von allen Sphären, das war ja in der Aufklärung, also in den letzten Vordergrund gezeigt, Wissenschaft, Philosophie, Industrie, das ging ja Hand in Hand, die politische und die sozialen Beeinflussungen gingen Hand in Hand, das war eine Einheit, das ist jetzt auseinandergebrochen. Was kann man da machen? Mehr Partizipation, das heißt, man braucht eine kritische und auch eine politische Bildung, die Frage ist aber, ob das alles ausreicht, also da muss ich sagen, da bin ich nur mäßig optimistisch, ob das gelingen wird. Ja, Literatur, das Ganze wird ja mal auch aufs Netz gestellt, also jeden, der uns interessiert, der kann mir auch eine E-Mail schreiben, also man weiß, wie man mich erreicht und wir werden auch das Ganze aufgenommen und kann jeder noch nachhören und jetzt natürlich muss man sagen, es wird, es ist natürlich ein schwieriges Gebiet, aber wie gesagt, Diskurs ist unbedingt notwendig und folglich möchte ich eben alle ermutigen zu diskutieren. Es gibt natürlich Wein und Brezeln, die Frage ist, ob man zuerst den Wein nimmt, dann diskutiert oder ja, also zuerst zur Flasche und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.